Musik So, ein wunderschönes Cop-Meinschaft. Wir sind wieder zurück in Monster Hunter und wir machen eine Stern-Vierer-Quest. Ein normales Pick-Pick. Mit einem Ratterlos. Und, wer ist dabei? Pinoa. Okay. Das Quest-Bädchen, oder? Eigentlich sind beides Quest-Mädchen. Haben jedenfalls Quests für uns. So. Ist da was drin? Ne. So. Da ist Mr. Ratterlos. Ich glaube, wir sollten Dings machen hier. Wie heißt das? Was trinken. Das Feed darf man ja nicht unterschätzen. Oh, cool. Die hat einen komplett weißen Hund. Hm. Wollen wir schon früher da hin? Ach komm, wir machen den normalen Weg und kürzen die dann ab. Das heißt, wir gehen ja gleich hier Richtung Ratterlos. Was soll schon schief gehen, ne? Das Übliche, was der Fuchs sagt. Dann geht alles schief. Es gibt nichts Nutzloseres als diese Böe. Diese komischen Böe, 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 Böe Krabbe. Äh, was? Okay. Wenn sie das sagt. Guck mal hier. Mr. Ratterlos ist ja schon hier. Wir nehmen das noch mit und dann geht's los. Mr. Ratterlos. hallo putz aufs baul ich hasse das vieh es ist nur am schreien ich brauche echt ohrstöpsel problem ist ohrstöpsel zu kriegen ist mega schwierig dazu müsste ich theoretisch meine jetzige rüstung upgraden und vielleicht extra ändern sich die dinger so ein extra slot versuchung rein zu modden oder ist sogar selbst rein zu modden also hier im sinne von selbst wie heißt das ach wie heißt das dieser mod selbst auf die rüstung noch extra drauf zu denen was noch mal drauf ist also ihr wisst was ich meine so als extra zusatz effekt eins von beiden brauche ich definitiv weil ich hasse es einfach wenn man die ganze zeit ey 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 ich brenne ich hasse es wenn man die ganze zeit unterbrochen wird wenn das vieh am schreien ist eigentlich habe ich hallo ich muss mal kurz danke habe ich schon gesagt weil ich ratterlos nicht mag ja ich habe fast keine leben das stimmt gerade nicht ich hätte eigentlich was trinken sollen ach egal so ich bin wieder da musst du nur kurz weg ach mist ach mist dürfte ich mal mein schild aufladen ja der hat mich auf jedenfalls ziemlich eingeheizt ich habe wieder vergessen was zu essen das übliche da ich mal kurz hat er nicht voll gefunden da ich ihn gegen die band geschleudert habe ach guck mal hier das schreit noch jemand revier kam katzen kam ich möchte ihn gerne reiten danke hol ihn runter kommt gut dass der affe feuer immun ist gefühlt das hat ja gar nichts ausgemacht dass er angespuckt worden ist vielleicht können wir ihn noch ein bisschen kappen ein bisschen nein schade schön ins mund reingeguckt schreit das leute mal schleifen Ah, daneben, Idiot. Ach, Hacke. Doch nicht daneben. Wer die ganze Zeit bombardiert. Schau auf. Ich fliege schon wieder nicht zum Zug. Sollte ich ihn vielleicht mal aus der Luft holen oder so. Hallo, Mr. Rathalos, könnten Sie mal kurz... Danke. Oh, das tat weh. Schön den Schwanz gekattet. Au, das war die Rache dafür, dass sein Schwanz gekattet worden ist. Aber erst mal den Schwanz mitnehmen. Ey! Ey! Lass mich doch deinen Schwanz looten, Mann. Geh weg. Geh dich irgendwo ausheulen. Ich will deinen Schwanz looten. Danke. Jetzt kann ich ihn looten. Was ist denn das für eine blaue Falle? Ach, es ist ein Käfer. Er hat hier mit einem blauen Käfer hin platziert. Ah, genau. Essen. Brauche ich noch diese Käfer hier? Nee. Das war eine andere Quest, die ich mitgenommen habe. So. Wir könnten ihn wegknallen. Ich bin voll dafür. Das nehmen wir auch. Fuck. Oh, Gott. Wieder einen Käfer hin platziert. Der sieht ein bisschen ramponiert aus. Arme ist Rathalos. So, jetzt. Äh? Why? Ich war noch nicht mal richtig fällig mit ihnen. Was ist denn hier los? Wie jetzt? Nee, hier. Ich knall dich weg. Gut. Nix da essen. Wenn ich nicht essen darf, in real life darfst du hier auch nix essen im Spiel, Mr. Rathalos. So weit kommt's noch, dass er hier was essen darf. Natürlich. Seinen gekatteten Schwanz schafft es, mich wegzuschleudern. Nicht Eisenbrand setzen. Komm wieder runter. Oh, jetzt gibt's Stress. Ah, wir können ja ein Tudel. Nice. Ja, ich bin ein Tudel. Schön in die Falle reingeschoben Der Hund ist cool Ein schöner weißer Hund Oh, Ordenskunde 2 Stimmt, weil es jetzt ein Vierer-Quest ist Ja, fehlen noch 10 Level Dauert ja nur noch ein paar Tage So, Rabatt auf den Markt Und? Ach, schade Keine neue Figur Aber irgendwann muss ja die Figur Voll sein Also, dass es keine Figuren mehr gibt, oder? Einbogen gekriegt Okay Und sie hat ein neues Quiz Ach, das Mistvieh Okay Muss ich das machen? Bestimmt Ja gut Denn schauen wir mal, was in der nächsten Quest auf uns wartet Beziehungsweise schauen wir mal, ob das Dango-Lotto uns wiederholt ist Dann sag ich mal Bis zum nächsten Mal Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye, bye 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 Bye